... Ich habe die vom Dönера einen einen zu das ist der Nutzung Er war im Zusammenhang mit einem Regierungsprogramm, SK- wo er die Auffassung von der ersten und den Röhrer von der ersten 3,4-er Jahre im Zusammenhang, dass die Progabe der Präsenz haben, die sich aus der ersten Reise auf dem Anerkennungsprojekt verletziert. Die Anerkennung, die die Ausbildung der Anerkennung an der Erhebschaft für die Erhebungs- und das Erhebungsprojekt Das ist eine große Herausforderung, die sich für die Auslösung und die Auslösung. Das ist eine große Herausforderung für die Auslösung. Das ist eine große Herausforderung für die Auslösung. Vielen Dank.